Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir von der Bundesregierung sind stolz darauf, dass wir dieses Konjunkturpaket mit Unterstützung der CDU, CSU abgeschlossen haben und somit garantieren einen Schirm auf die Schwachen in unserer Gesellschaft legen, wie zum Beispiel Investmentbanker, Bankvorstände oder Heuschrecken. Des Weiteren lässt dieses Konjunkturprogramm auch hoffen für Menschen, Firmen, Gruppierungen, die an den Rande der Gesellschaft gedrückt worden sind, wie zum Beispiel die Tandem SPD. Deshalb werden wir von unseren Gegnern auch lernen. Wir werden das Projekt 18 von der FDP übernehmen und den Wahlwerbeslogan von der CSU 50 plus X. Das ergab damals 43 Prozent. Wir werden 18 minus Y übernehmen und werden gemeinsam in Hessen dann den Ministerpräsidenten stellen. Das sage ich mit kleinem Blick, der mich ja auch auszeichnet.